Hallo, willkommen zurück und wir waren auf der Suche nach Diamanten, haben jetzt aber noch keine gefunden. Ich schau mal kurz. Ja, wir spielen auf Peaceful, das ist gut. Wir wollen es ja spannend haben. Ich würd sagen, wir machen uns mal weiter auf die Suche nach... ...nach... ...ja. Mal schauen. Boah, hier muss auch mal noch mal wild ran. Ähm... Ja, keine Ahnung. Weil dieser Stein, der lacht mich so komisch an, den mach ich jetzt mal weg. Gut. Ähm... Ich frag mich nur, ich wollte es ja mit einer Spitze ab, aber... ...wieso kommt dann da nie was raus als so ein Stein? Hm. Okay, hier ist jetzt Lava. Und da hinten, da seh ich auch schon Diamanten. Hm. Aber dann komm ich jetzt so nicht ran. Hab ich denn irgendwas... Geht das nicht? Nein. Okay. Ähm... Können wir uns ja jetzt mal gebratenes Schweinefleisch machen? Ich frag mich, wie lange das dauert. Ja. Während das hier brät, kann ich ja mal versuchen, mich jetzt hier rauszubraben. Ach. Ja, das will ich schon mit der Spitzhacke machen. Das krägt ja nicht so nichts. Oh. Na toll, wie sollen wir jetzt ohne... Ähm, ohne Spitzhacke hier rauskommen? Ja, gar nicht. Okay, ich würd sagen, weil wir jetzt hier wirklich keine Diamanten gefunden haben und da Fleisch irgendwie nicht brät... Ähm... Ne, ich beende jetzt die Aufnahme mal nicht. Ach, ich weiß nicht. Was mach ich denn jetzt? Ach, ich hab ne Idee. Also... Ja... Hm... So... Hm. Tja, also... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich hier machen kann. Ja, hier kommt man nicht richtig hoch, aber ist ja egal. Ja, dann hol ich mir jetzt mal hier den... Den Diamanten, ne? Den hier hab ich auch gesehen vorhin. Oh. Das ist ja schön. Das ist ja krass. Hm. Naja. Also... Ähm... Wir haben keine Diamanten gefunden. Wir haben natürlich nicht gecheatet. Ähm... Aber... So konnte ich da jetzt nichts entdecken. Vielleicht wenn ich jetzt einfach mal... Hier so... Aber ich frag mich auch, wo ist denn hier überhaupt der Eingang? Also Ausgang ist ja klar, ne? Wo ist denn hier der Eingang? Ähm... Also... Ich... Ich schau mal kurz, ob das jetzt fertig ist. Ne. Na gut. Also ich würd sagen, ähm... Das hat jetzt so nichts gebracht. Ähm... Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschau. Ja. Ja. Ja.